Hallihallo Hallöchen und weiter geht's mit unserem Let's Play Lego Herr der Ringe. Richtig. Und wir warten jetzt, bis dieser Ladebildschirm weg ist und diese tollen Informationen oben ausgeblendet sind. Und dann geht's weiter mit unserer Gemeinschaft. Wo sind wir eigentlich gerade? Ich müsste A. Oh yeah, puh. Wo müssen wir eigentlich hin? Gucken wir mal auf die Karte. Karte ansehen. Nach Lord Lorien. Da ist Lord Lorien, ja. Also quasi nach rechts. Nach rechts, genau. Also, ey, da oben, da oben, es gibt's Tausender. Ah, ich hab Kasatum gefunden. Ah, blau, 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 blau. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ah, ich hab Kasatum gefunden. Immer ins Helle laufen, genau da lang. Ah, da hinten gibt's einiges. Ja, aber da können wir nicht hin. Dafür brauchen wir erst mehr Charaktere. Das machen wir dann alles im freien Spiel, ne? Ja. Ich würd sagen, wenn wir das alles mal ganz durch haben, machen wir dann noch so eine Folge, wo wir so ein bisschen was zeigen oder so. Eventuell. Ah, ich liebe Gim. Das ist so genial. Auf nach Lord Lorien. Ja. Stepptanz oder was? Ja, sieht so aus. Tja, Elben halt. Die haben irgendwie einen Haubech. Die sind alle leicht irgendwie angehaucht. Ja. So. Muss jetzt Zelebron etwa fegen oder was? Cool. Eure Fahrt steht auf Messers Schneide. Echt? Geht nur um ein weniges Fehl. Und sie wird scheitern. Geht mal schneller. Das ist ja Mist. Die haben ja alles übersprungen. Scheiß drauf. Die Schweine. Ne, gell. Ah, jetzt kriegen wir Geschenke. Geschenke. Yay. Ich mach Geschenke. Das Elemente will euch helfen, euch den Blick unfreundlicher Augen zu ziehen. Was? Und für dich, Sam, weiß Gamchi. Elbenseil aus Hitline. Ich danke euch, Herren. Er hat sich gar nicht bedankt. Elbenseil. Elbenseil. Ich schenke dir das Licht, er rennt dir. Oh, was für eine Qualität. Du wirst dir ein Licht sein, an dunklen Orten. Überraschung. Das hat mich an diese Lego-Diamanten bloß einfach falsch rum. Genau. Flieg. Weiter. Gut, jetzt dürfen wir herumschwimmen. Cool. Boah, wenn du Taste 4 drückst, bist du schneller. Äh, wir können ja gar nicht lenken. Ja. Ist ja Mist. Was für ein Scheiß. Ich kann nicht mehr was machen. Trotzdem Taste 4 drücken. Ja, stimmt. Ich, ich fahr hier, glaub ich. Ist ja blöd. Ja. Wir drücken jetzt halt ein bisschen die 4. Ja. Man sieht die cool aus. Die Argonat. Yay. Die sind ein bisschen klein, oder? Ja, ziemlich. Scheiß drauf. So, weiter geht's. Auwe, ey. So. Immer dieser tolle Bildschirm da. Die können sich auch nichts Neues einfallen lassen. Aber wir dürfen sie auch nicht überspringen. Richtig. Wobei das jetzt eh nicht viel gebraucht hätte. Die Hände. Was ist das? Was? Du machst mir Angst. Oh, geil. Mein Gott. Oh, die schreien komisch. Wann sind das viele? Ja, fast. Zehn. Bei einem Tag der Nacht überqueren wir den See. Wir verstecken die Boote und gehen zu Fuß weiter. Wir nähern uns Mordor vom Norden her. Okay. Wir sollen aufbrechen. Noch nicht. Orcs bewachen das Ostufer. Wir warten auf den Einbruch der Dunkelheit. Null. Nicht das Ostufer bereitet mir so. Oh Gott. Tja. Wir hatten verloren. Wo ist Boromir? Na. Mit, da liegt Holz. Das ist bestimmt so ein Holzschwert. Ja, das stimmt. Los. Catch ne Runde. Du am allerwenigsten. Wenn du meinst. Ich weiß, warum du die Einsamkeit suchst. Es gibt andere Wege, Frodo. Andere Pfade, die wir einschlagen können. Nein. Das heißt ja bestimmt das Holzfallen. Und es würde mir weise vorkommen, wenn mein Herz mich nicht warnt. No. Waren Sie? Was für ein Gelaber. Ich trachte doch nur nach Stärke, um mein Volk zu verteidigen. Oh. Obwohl du mir den Ring nur leiden würdest. Nein. Du Narr. Es sollte mir gehören. Gib ihn mir. Ins Gesicht. Jetzt muss ich dich wahrscheinlich suchen. Bin ich jetzt Frodo oder wer bist du? Ich bin Frodo. Ich bin Aragorn. Yay. Hab tausend gefunden. Okay, ich folge mal den Münzen. Mach das. Und ich... Hey, ich hab Boromir gefunden. Okay, weil wir sind keine Münzen. Das ist zwei. Los. Au. Sam. Ich habe mich natürlich nicht. Ich habe mit ihm gerungen. Okay, ich muss jetzt irgendwie hier vorbeikommen. Ohne, dass er mich bemerkt. Nein. Lass los. Du. Uu. Okay. Ossi, wie wäre es, wenn du mal kommst und versuchst, Boromir zu verscheuchen oder so? Ja, wie wäre es, wenn ich mal wüsste, wo ich hier hin muss? Weil... Ich hab hier überhaupt keinen Plan. Ich hab jetzt einen Stein. Vielleicht hier drauf schießen? Mach einfach mal alles kaputt. Ja, mach ich. Ja. Kein Ding. Mach gar nichts halt kaputt. Ah. Hihihi. Ja, und weiterlaufen. Der ist ja schlecht. Auf durch den Wald. Auf durch die Wand. Auf durch die Bäume. Auf durch den Wald. Leuchtet was. Glitzert was. Apotown. Ja, ja, ja. Jawoll. Ah, hier geht's nicht weiter. Aber hier könnt... Hedge-Dewerts soll gerne, ne? Vielleicht was mit Gimli machen, oder? Kann man das? Nein. Kann man nicht. So, dann mal durchkrabbeln. Oh, der hat ganz Axt dabei. Ah, ich hab dich im Gang, du Idiot. Hehe. Hehe. Ich komm hier nicht durch. Ah, ich wohne, komm hier auch zur Hexe. Ich bin hier durch. Du bist. Uh. Okay, geh mal wieder runter. Ich muss ihn bestimmt verscheuchen. Warte, 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 warte. Oh, nee, Mist, 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 Mist. Jetzt hätte ich natürlich gewusst, was ich machen muss. Ah, und wieder hoch. Ja, mach alles kaputt, Aussie. Hau drauf. Bats! So. Wollen wir nicht später noch paddeln gehen? Paddeln? Ja, bestimmt. Schieb, schieb, schieb. Ah, ich hab was gefunden. Was? Ne Fackel. Hehe. So. Da oben ist ein Tausender. Hol dir den Tausender. Chill mal. Ganz ruhig. So. Ja, hoffentlich. Aha. Ah. Ja, hier kann ich hoch. Okay. Das ist alles sehr einfallsreich. Yeah, verbrennt's. And it burns, burns, burns. The fuck is on fire? The Lego-Steine of fire. The Lego-Steine. Ja, auch wenn sie's blöd anhört. Hehe. Ah, war ja wieder klar. So. Ich werde vor dir fliegen, Bobo, mir. Legos, springen. Ah, Gimli. Ich glaub, ich sollte das mal Gimli hochwerfen. Ich hab den Tausender eingesammelt. Das ist gut. Domino Day. Didimts. Oh. Kann ich den nicht da hochwerfen? Ja, ich verschluche dich ja auch, Boromir. Hallo. Ah. Lauf. Lauf. Lauf, mein Freund. Hey, Mensch. So, jetzt werfe ich dich aber direkt mit dem Steiner. Taste 4. Jawoll. Bauen. Bauen. Cool. Wow. Ah. Ah. So, müssen wir noch irgendwas kaputt machen? Wann doch. Wann doch. Hey, da ist, da ist doch. Ne Gucke. Ah. Fast runtergeflogen. Ah. Sorry, du Vögelchen. Lol. Das ist kaputt gemacht. Gut, weiter geht's. Ach, da war ein roter. Ne, doch nicht. Ähm. Was willst du denn? Gut, hau mal das mal kaputt. Okay. Das ist wo. Ne, nicht so gut. Aha. Jawoll. Watz. Jetzt kann ich bauen. Das ist ja mal gut. Bastel, 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 bastel. Okay. Jetzt muss ich bestimmt arbeiten. Bastel. Ich hab mir ein Katapult gebaut. Ach, doch nicht. Geld, 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 Geld. Mein Geld. Der ist so langsam, der Geld. Und? Was muss ich jetzt machen? Da wahrscheinlich hin. Geben die? Wuhu. Was? Uh. Kann ich nix machen mit dem Trampo, mit dem Ding? Nein, nein. Du musst dringen. Nein. Schnellt, schnellt, schnellt. Jawoll. Oh. Was war das denn? Das war ein Katapult. Ich hab mir ein Katapult gebaut. Hör auf, Arme einen Handkoppel zu machen. Ach, das ist doch eh schon nur noch eine Ruine. Trotzdem. Lauf, schneller. Eine Kultruine. Das, 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 das. Boom. Boom, schackelade. Boom. Ich denke mal, aha. Nein. Ich mach dich kaputt. Ich mach euch alle kaputt. Komm mal her, Argon. Ich habe etwas aufgenommen. Und schier, mein Freund. Ja. Ah. Hör das auch irgendwann mal auf. Mein Gott. Ich weiß das nicht. Legolas. Du willst auch an den Ring bringen. Nein, will ich gar nicht. Wer sagt das? Der Bochum hier. Ich hab grad ein kleines Problemchen mit dem Kerl. Eine Meinungsverschiedenheit. Ah. Was ist das? So, wo werfen wir das hin? Da hoch. Bats. Ich hoffe, ich muss hier runter. Jetzt bin ich jetzt irgendwie ein bisschen. Du musst das fertig aufbauen, das Ding. Also, ich weiß mal, gib mir lieber, der hier noch irgendwas zerschrotten kann. Jawohl. Und schieb, 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 schieb. Bats. Domino Daddy. Da-da-da-da-da. Okay, hier oben gibt's bestimmt was. So. Nein, ich will euch nicht verraten. Ey, ich hab grad 3.000 gefunden. Was hast du? 3.000 gefunden. Puh, nicht schlecht. Dats, 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 dats. Ey, ich find das Level irgendwie cool. Das hat was. Ja, das macht irgendwie Spaß. Du weißt, wenn du alleine spielst, musst du, glaub ich, alles alleine machen, ne? Das ist ja mies. Ja, das ist total mies. Hau, drau, hau, drau, hau, drau, hau, drau. Ach, Mist. Hau, drau, hau, drau. Alter, ich wusste gar nicht, dass Frodo mit seiner Hand, ähm, Steine zerschlagen kann. Das siehst du mal. Robits fasziniert doch immer wieder. Uh. Bats. Alter. Der ist tot. Au. Ja, jetzt ist er wenigstens wieder normal. Und wer da durch? Och, Mann. Jetzt hat's mich wieder runtergeklatscht. Sorry. Ja, wenn man so springt, Junge. Ja, ich hing gerade dran. Versuch mal, alle möglichen Münzen, die du findest, einzusammeln, weil wir haben gleich wahre Abenteuer. Aha. Nein! Münz, Münz, Münz. Ich krieg den Tausender da oben nicht. Den hol ich mir. Da lang, kaputt. Ja! Hast du? Ja! Aber keine Ahnung wie. Aber du hast ihn. Okay. Ich glaub, ich bin gleich durch hier oben. Ich zerschraub mal schnell alles. Hä? Hä? Kaputt! Was ist denn das? Könnte ich hier irgendwas kaputt machen? Ich glaub, du bist nicht so der Lego-Stratege. Hä? Ich bin draußen. Hey, Baradou. Cool. Ha. Ah, puh, nicht schon wieder. Zockerhände! Nein! Ah! Los! Ein Hoch auf God of War, sag ich dir. Ah! Ah! Wow! Boom, boom, birds. Oh!